ab und jetzt kommt es ein weiterer Let's Play Together Star Wars und 2 hier sind heute und diesmal nicht mit der Schieferung mit der Sparenz nachts Jochen und wir machen die Nachbarn am Rundstuhl ich hab's noch nicht oft gespielt zu meiner Verteidigung ich will wo sie machen Hilfe! Wo bist du denn gerade? Ich bin bei seinem Stieger. Ach da bist du, komm her! Hallo! Hallo! Witz, wir gehen jetzt hier rein mit E! So, jetzt fliege ich das Teil hier. Bravo! Jetzt geht's schief! Ehrlich gesagt, bin ich noch nicht aufgeflogen. Du kannst dann, wenn ein Linkskick oder ein Rechtsklick du bist, kannst du eine Rakete spielen. Ah, ich merk schon. Hier rumfliegt und dann hast du ganz viel Spaß. Ich hab das ja schon an sich wenig gespielt, aber... Ah, wir wurden getroffen! Bam! Voll versenkt, ey. Oh damn, ob ich hier rein... Ob ich es schaffe? Voll Kamikaze rein! Du bist echt schön, eine 1A-Landung, muss ich sagen. Wir sind noch nicht gelandet. Jetzt sind wir gelandet. Unten mit irgendein Raus hier. Und jetzt müssen wir aufräumen. Die Beschuss ist aus, das heißt, du kannst... Es ist einfach ein Raus vor. Genau. So, dann kommst du mit. Und wir müssen das gegenische Schiff zerstören. Auffahrt mit. 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 Du musst aufpassen, die Autogeschütze in den Raumschiffen sind einigermaßen stark. Ich bin schon öfters davon gekriegt. Ich weiß nicht, für mich sind sie stark. Aber wahrscheinlich bin ich auch mit der Abonnenten. Bist du hinter mir? Äh, ich stehe hier noch ganz am Anfang. Weil ich kann, ist das da reingekommen. Oh, passt. Oh, jetzt bin ich erwischt. Sie sind Autotourish. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's da gemacht. Einige, die Gegner ist, dass ich das fügt. Ja, kannst du. Ich hab's immer noch sieht, kassieriger. Ich empfehle, je keine Kampagne. Ich muss inDer Außer none themen. Auch schon von Kutzen können. Ich hab's dann. Der Taster. Und dann musst du einfach steiaren mit ihm, der Maus. Das erste Mal. Das ist etwas Interessantes. Oah, ich entschuldige mich noch mal, anfangs für diese Mikroquali. Die wird demnächst besser, denn. Ich habe mir schon etwas bestellt, dass das los sein könnte. Ah, scheiß Salz. Das ist ja so umgekehrte X-Mux-Axe. Ja, eigentlich nur umgekehrte X-Mux-Axe. Einfach nur umgekehrte X-Mux-Axe. Wie lande ich? Einfach reinfliegen? Einfach reinfliegen und dann nähert hast du drücken, wenn du drin bist. So wie ist es dann. Ah, ich habe mich irgendwie kaputt gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Am Anfang ist es noch nichts Schlimmes. Später ja. So, ich war sogar gerade ein bisschen auf, es war uns gar nicht so leicht. So bei den Gegnern? Ja. Oh Mann, ich kann nicht fliegen. Ja, wir suchen gleich wieder einen Brombo, wo man zu zweit rein kann und dann... Ich steuere gerade nicht hier. Ich weiß gar nicht. Ich mache gerade eine kleine Tempertaktik. Der Brigade hat been destroyed. Die rot sind, die muss ich abschießen, weil das ist unsere eigene... Die rot sind? Ja, die rot sind, die muss abschießen, weil das ist unsere eigene. Die rot sind? Ja, die rot sind, die muss abschießen, weil das ist unsere eigene. Nein, das ist vorbei! Das ich habe! Ich binòng. Oh ... Oh, das war Glockstand. Das war ja ein Grundschrei-Fra involve. Oh, das ist in Ordnung. Oh, voll die Kollision, ey. Aber ich glaube, er habe. Oh, wir haben dieacje und schilden. Oh! Du fliegt dabei. Da können es 2 rein. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Sonst geh kurz sterben, ich flieg dich zu... Das Richtige zu. Ich flieg da jetzt rein, ich schaff das. Wenn du willst, kannst du alles schaffen. Ah, nein, ich bin direkt gegen die Kante geflogen. Dann warte ich noch auf dich. Hey. Da. Ach, brauchst du wieder in den Hangar, dann können wir wieder die zweite in den Hangar geraten. Du steigst zuerst. Okay, so, in den Rücken. Bereit? Was geht? Ich versuche mal, bis durchzufliegen. Hui! Hui! Nein, ich stehe schon wieder in den Hangar, bitte. Na ja, wo du bist, ist das eigentlich nicht Trauer, egal. Ja, mein Bomber. Ah, verdammt, ey. Ich hab die Rakete. Ich hab die Rakete. Ich hab die Rakete. Ungeschafft, wir sind drin. Ja, ich fick immer noch die Rakete. Ich hab keine Sinn. Äh, Vorsitz, ich hab's zugleich von den kaputt gemacht. Ich wurde da ausgestiegen. Rasschen, hier viels Leiden. Da steigt der einfach mal ganz schnell in den Fahrzeug ein. Ich versuche mal, ob der Bug hier funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich fraue, ich bin tot. Und er funktioniert. Hier sehen sie einen Bug. Man kann hier rausschießen, aber sie können einen nicht treffen. Man kann ja auch Thermal-Detonatoren rausschmeißen. Die landen dann da. Und explodieren bei denen. So, hier fahre ich mir kurz ein Elite-Gewerr. Hihihi. Das ist mit drei Schuss-Bitzen. Das ist das Ganze ein bisschen leichter. Oh, der noch nicht anders. Nein, ich wollte einsteigen. Ja. Ich bin ganz geflickt, wie war das? Ja, ich hab ihn rausgekriegt. Oh. Ich muss darüber kommen. Ich muss deren komische Systeme beraten. Oh, das war der schon mal da. Oh, 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 aber der Typ nicht. Ich kann mich nicht! Auge! Ey, das gibt's so nicht. Bis jetzt bin ich abgetreten, das bitte nicht zuzej savoir- dass ich hab' nicht so barschen, aber die Autoline ist nämlich ausgiebig. Ich muss da alles weiß. noch ein ich komme direkt hinterher im Kreis muss ich eigentlich erst einmal fliegen wenn ich weiß aber nicht kennen sie und sein Kanal heißt Arzt jetzt ab und da alles geht so schief das oder hat er ein paar Euro ganz edel nein und mein Gott ich hab's ich gesehen weil man jetzt dass sie getötet um abzugreißen kannst du auch es drücken und er hat aber habe ich auch aber und er hat eigentlich auch ganz hell und immer vorbeischauen ich werde sehen wie wir die Video-Beschreibung setzen schon sagt jetzt sind uns bald von einem zu einem die auch immer ich bin dafür dass es ist 1 das ist die können jetzt ein bisschen überstreiten ich bin der Meinung das ist wirklich keinem Spalm der Art und die Geburt von Partnern es gibt ja noch da kommt man wie gesagt gesparte Meinung ich hab's geschafft zu landen aber auch aber auch so stolz auf mich und ich hab's geschafft und es wird zu können so ich muss sie so Kürz und zehnmal einreiten und eine gute Waffe okay wo kann der Tee und warum ist es so akutisch ist trotz der Robben auch selbst nicht oh schönerisch Ich komm gleich zu dir! Bleib im Hangar! Ja warum wird dir nicht angezeigt, dass ich ganz viel Leute umbringe? Weil das Boot sind. Ja und da steht ja trotzdem nicht, der auf dem Boot. Nein, das ist ein Mensch. Nein, 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 jetzt geh ich auf dich! Ich versuche zu kommen, so schnell ich Kron. Ich bin schon gut auf dem Weg. Ja! Attention! Scramble Fighters! We meet Scramble Fighters! Den geht es einfach mal komplett an! Ha, verstanden! Bis dahin, jetzt bin ich da! Hm, genau. Sparte, bis zu... Mein Zeichen ist ein bisschen anbelnetschen. Jetzt. Ich muss mal hier um kurz wieder rufen. Oh, da ist noch einer! Ich bin ehrlich gesagt noch kein Problem im Spiel. Das kann sich aber noch ändern. Mal, nein, 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 nein! Ich bin richtig. Ach du, Heide. Ebenlord. Was für ein böser Jun. Na! Hä? Warum wollte ich jetzt... Kann ich mir jetzt mal bitte irgendjemand erklären? so ich bin wieder im Hangar, ich warte auf dich ich bin auch richtig in Hangar 10 Sekunden ich bin in diesem linken Flieger wieder drin ah scheiße ich versuche es los nein 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 der Typ wollte schon losfliegen ich versuche ich komme wieder im Hangar zurück ich habe es gesehen der Computer ist einfach losgeflogen ah da, da und ich bin wieder da ich bin wieder da doch ist es bei mir einsteigen? ach so, ich bin im anderen drinnen ach so, ich bin im anderen drinnen oh ja, ich komm schon jetzt bin ich glaube ich hier drinnen äh das ist mal hier wieder um beschadet mir raus zu kommen es ist alles leicht es ist ja keine Frau, dann muss es sein das ist ja keine Frau, dann muss es sein Firefly pfff ich sehe dann rückgig noch nicht wie ist das Ganze die Fik da unten rechts von dem weißen Teil von dem weißen Teil da von dem weißen Teil das mein Kommando Brotter da das mein Kommando Brotter oh ich bin so knapp dran vorbeigeflogen neuer Ansturm von dem und das ist so ein Film hier weil wir es einfach können hohohohohohohoho Oso der Falle ich kann die Sammlung der Frequenz gut ich nicht er kann ich mal seinen eigenen Namen schon was er soll ich sagen dass es nicht daran vorbeifliegt Ecke ach so wie sie schon ja ich aber ich versuche dir müssen zu helfen Ich brauche keine Hilfe, ich bin Profi! Marines, nicht allowed! Hast du Raketenwerfer? Ja! Musst runter! Scrollen da noch so rein! Oh ja! Auch wenn das nicht gut ist, dass wir nicht ein Rücken dafür haben! Boah! Bam! Alter! Du musst vorsichtig sein! Oh ne! Friendly Fire ist ja aus! Nein, dann kann ich auch! Ohne Rücksicht! Auf Verlust! Wir bräuchten einen Piloten! Ich bin Pilot! Ja, bist du? Nein! Vorsicht, dann muss ich alle! Ja, ist ich schon! Der war halt den Donator! Achtung! Oh, der war gut gesetzt! Der wird alle selbst gewonnen! Ah! Das ist mein... Der war halt den Donator gewesen! Achtung! Das ist mein Gerst! Das ist mein Gerst! Oh nein! Das ist mein Gerst! Das ist mein Gerst! Oh nein! Hier hinten! Ich stehe einfach gerade durch! Ich stehe hier schon! Ich bin fast tot! Egal, du wirst da unten nicht sterben können! Komm mit! Du musst vorsichtig sein! Nicht in die Rotorblätter! Du stirbst! Du weißt echt! Wieso lang? Unter die Trecke! Hä? Ah! Und von hier aus kommen! Fies! Achtung! Jamal Detonator! Jamal Detonator! Jamal Detonator! Jamal Detonator! Oh, fang! Was ist das? Das hat man jetzt tatsächlich nicht! Sie sind total verwirrt, die Brutzkarte! Hey, ich hab... Wer hat von uns die Elite erreicht? Was? Was? Mit einer normalen Waffe? Was soll ich damit machen? Einfach schießen! Ah, warte! Ich muss keine Waffe! Ah! Sie wollen nicht töten! Was ist ein Drei-Schuss-Betrieb, oder? Nö, ich hab da noch Schuss! Oh, schade! Oh, da hat sich keiner mehr erwischt! Oh, da war einer! Betonung auf! Oh, da war... Oh, oh! Ich glaub die mal ganz nicht! Oh! Den hab ich nicht! Oh! Egal, wenn einer reinkommt, der wird direkt... Oh, das ist ein Drei-Schuss-Betrieb! Und das ist ein Drei-Schuss-Betrieb! Du bist ein Drei-Schuss-Betrieb! und viel mehr Schaden und, ja, viel mehr Schaden. Man kann die One-Schaden bringen. Oh! Oh! Gewonnen! Ui! Ok, das war alles mit der Runde. Bis zum nächsten Mal, Hau 3. Tschau! Tschüss!